Bevor wir in den Reaktions-Content hinein tauchen, bin ich euch noch eine Information schuldig, auf die ihr euch unter Umständen gefreut habt oder eben nicht, aber ich möchte sie zumindest machen. Vor anderthalb Wochen, vor anderthalb Wochen, hat mir Notebooks Billiger diese Tastatur geschickt. Diese Tastatur von Mountain. Diese Tastatur von Mountain ist jetzt anderthalb Wochen mein Begleiter gewesen und ich möchte dazu kurz Feedback geben. Ich möchte euch dazu kurz Feedback geben. Das Besondere an dieser Tastatur ist, dass man ein extra Numpad bestellen kann, das man hier anschließt. Das habe ich euch gezeigt schon mal. Da gibt es so einen Anschluss dann und dann kann man das hier reinpacken und zack, hat man eine vollwertige Tastatur mit Numpad. So, die ist von Mountain. Das ist die 60, Everest 60. Und ich habe jetzt anderthalb Wochen damit rumgeschrieben und schreibe aktuell natürlich nicht damit, aber ich erkläre euch gleich wieso. Cool. Die Tastatur selber ist mega geil. Sie ist allerdings eine 60er Tastatur und das bedeutet, ihr seht, sie hat keine F-Tasten und sie hat keine, was sind das? Home, Position 1, Entfernen und sowas Tasten. Das macht man alles über die Funktionstaste. Also Funktionstaste 1 ist F1, Funktionstaste 2 ist F2, Funktionstaste 3 ist F3, Funktionstaste O ist Position 1, all diese Sachen. So. Und es schreibt sich unglaublich angenehm auf dieser Tastatur. Ich bin kein großer Tastaturen-Crack, aber die Mountain Keys, die haben eigene Keycaps, die sie da benutzen. Das ist irgendwas Blue. Ich glaube, das ist Blue. Auf der Verpackung steht irgendwas mit Blau. Fand ich sehr angenehm. Fand ich sehr, sehr angenehm. Hat sich gut angefühlt. Zwei Mängel. Ich habe, ich habe zwei Mängel. Und eigentlich habe ich nur anderthalb Mängel. Ne? So. Eigentlich habe ich nur anderthalb Mängel. Erstmal, natürlich hat diese Tastatur RGB. Wichtig. Kein RGB, kein Gamer. Ich habe anderthalb Mängel. Der erste Mangel, der nun halber Mangel ist. Der aber irgendwie vielleicht für den einen oder anderen ein ganzer Mangel ist. Ich möchte das kurz erklären. Diese Tastatur, für diese Tastatur braucht man keinen Treiber. Du kannst alles, was du konfigurierst auf dieser Tastatur mit der Funktionstaste konfigurieren und mit dem Startguide. Es gibt so einen Mountain Startguide. Ich zeige den euch mal kurz, weil den kann ich aufrufen. Genau. So einen Quickstartguide. Den kann ich aufrufen und euch kurz mal zeigen. Keyboards. Moment. Moment, ich muss das kurz aufrufen. So, hier. Quickstartguide, da ist er. So, in diesem Quickstartguide kann man die, also der zeigt so ein bisschen, der zeigt so ein bisschen, was man hier machen kann, ja. Also, wie das aussieht, Kurzanleitung, was das, wie die Funktion ist und der zeigt auch hier unten, und das sieht man ganz gut, die Tastenkombinationen, ja. Also, das, was ich gesagt habe hier mit F-Funktionstaste 1 ist F2, welche Profile, Umschalten des Beleuchtungsmodus, so. Das ist alles auf dieser Tastatur gespeichert. Dafür braucht man keinen Treiber. Es ist aber auch äußerst gut, dass man keinen Treiber braucht. Weil wenn man einen Treiber braucht oder eine Software, dann ist man ziemlich am Sack. Denn die Mountain Software, die Everest Software hat auf, und ich schwöre euch, ich habe es diesmal auf drei Endgeräten probiert, auf drei PCs, auf keinem meiner drei Windows-PCs auch nur diese Tastatur erkannt. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Die Software heißt Basecamp und keine meiner drei Endgeräte, äh, keiner meiner drei Rechner. Das ist einmal dieser Rechner, dann habe ich noch einen zweiten Rechner, der auch ein Full-Bild ist, da läuft auch noch Windows drauf und ein Notebook von Huawei. Auf allen diesen Rechnern hat das Basecamp-Setup nicht funktioniert. Es ist, darum ist das für mich ein halber, beziehungsweise ein ganzer Punkt. Die Software braucht man nicht. Aber wenn man die Software nutzen möchte, dann kann man sie auch nicht benutzen. Zumindest konnte ich sie nicht benutzen. Für das Everest 60 habe ich leider keine Verbindung aufbauen können. Ich habe es nicht gefunden. Diese Tastatur wurde nicht erkannt auf keinem meiner drei Endgeräte. Auf keinen meiner drei PCs, ich sage Endgeräte, aber doch, vielleicht auch. Keine wurde erkannt. Ich konnte die Tastatur trotzdem im vollen Umfang nutzen. Ich konnte auch alles damit einstellen, weil man hier natürlich, seht ihr diesen Quick-Start-Guide da drüben, mit diesen ganzen Tastenkombinationen hier, also hier beispielsweise Funktionstaste P, Funktionstaste O, L. Das sind alles diese Sachen, die man über diesen 60er-Bild nicht hat. Also hat tadellos funktioniert. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, Moment, stopp, stopp, stopp. Stay. Wenn du die Tastatur gerade in der Hand hast, dann benutzt du die ja nicht. So. Du, 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 die, die benutzt du ja nicht. Und die Antwort ist ja. Ich benutze die gerade nicht. Und der Grund dafür ist ein bisschen speziell. Deswegen könnt ihr für euch entscheiden, ob ihr das, ob, ob, ob das, äh, ob das relevant ist. Als ich angefangen habe, GTARP zu spielen, habe ich mir angeguckt, habe ich mir angeguckt, wo überall die Tastenkombinationen sind. Und für den Fall, dass ihr das nicht wisst, bei GTARP muss man viel mit den F-Tasten arbeiten und teilweise auch mit den Home-Tasten und mit der Konsolentaste. So. Also das bedeutet, ich muss die ganze Zeit die Funktionstastenkombination nutzen. Nicht nur einmal irgendwie am Tag, sondern die ganze Zeit. Ich muss auch die ganze Zeit die Konsolentaste benutzen. Und jetzt ist das Ding, und das mache ich jetzt ganz besonders, ich will das nur ganz, ich muss das besonders hervorheben, weil das für mich eine, für meine Verwendungszwecke besonders ist. Wenn ich GTA spiele, sitze ich hier mit der linken Hand so und mit der rechten Hand an der Tastatur, mit der rechten Hand an der Maus. Also so ist mein Gaming-Setup dann. Und jedes Mal, und ich schaffe es einfach nicht, ich habe große Hände, aber ich schaffe den, ich schaffe es nicht, die Konsolentaste richtig zu drücken. Und die Konsolentaste brauche ich, weil ich meine, die ganze Zeit meine Sprachreichweite einstelle. Auf dem GTA-Server benutzen wir die Konsolentaste. Also das, das ist hier eingeblendet unter, äh, hier, äh, unter, unter dieser Funktion. Dieser Tilt-Key, ne? Der hier. Der Konsol, Konsol-Key. Der ist hier. Aber ich schaffe es nicht, mit einer Hand das auszulösen, ohne mich die ständig zu verdrücken. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon komische Menüs aufgemacht habe, weil ich es nicht geschafft habe, diese Funktion richtig zu öffnen. Und ihr seht, ich habe riesen Hände. Aber ich schaffe es wirklich nur gerade so, Funktionstaste und das hier oben zu benutzen. Und dann muss ich immer von der Maus weggehen, und das Circumflex, es ist super fucking weird. Ich habe es halt einfach nicht geschafft. Ich habe es halt nicht geschafft. Und darum, und das ist für mich besonders. Ich möchte das ganz ehrlich sagen. Es gibt Leute, die machen das sicherlich nicht, aber für mich, ich konnte es langfristig nicht benutzen. Ich habe es einfach, ich habe diese Circumflex-Tilde-Taste, Konsolentaste einfach nicht getroffen. Ich habe sie nicht getroffen. Es tut mir so leid. Es ist die Wahrheit. Das ist der Grund, warum ich die Tastatur nicht behalten kann. Und ich aktuell hier sitze mit einer Logitech-Tastatur in Full Equip. Also ist mein Feedback, es ist wirklich wahr, mein Feedback ist, ich hatte sehr viel, es fühlt sich unheimlich angenehm an, hier zu schreiben. Und wenn man nur klassische Videospiele ohne diese besonderen Ansprüche von GTA nutzt, dann ist das vollkommen okay. Aber ich bin gebrochen. Ich bin daran zerbrochen. Ich bin daran zerbrochen. Ich werde, ich werde mir als nächstes eine Seniorentastatur, wahrscheinlich auch von Everest mal angucken. Vielleicht 75 Prozent, vielleicht auch Full Bild, ja. Und dann werde ich das gerne wieder ausprobieren. Das hier. Ich werde das gerne wieder ausprobieren. Danke an Notebooks Billiger, die mir das geschickt haben. Und Grüße gehen raus an Mountain. Das ist für, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Software hat mir, hat überhaupt nicht für mich funktioniert. Wenn ihr andere Erfahrungen habt, dann gerne Feedback geben. und die Konsol... Ich, Alter. Ich bin halbe Pianist. Ich habe Finger lang wie Finger lang wie Wachsmalstifte. Richtig, also ich kriege das nicht hin. Ich muss dann immer mit zwei Händen das machen. Und das ist so So. Könntest du bei RP-Hotkeys nicht ein Profil im Stream Deck anlegen? Ja, aber mein Stream Deck ist ja an meinem Streaming-Rechner angeschlossen und nicht an meinem Gaming-Rechner. Ich müsste mir also ein Stream Deck kaufen für mein... Für mein... Ich müsste mir zusätzlich ein Stream Deck kaufen. Ne? So. Gut. Ich habe tatsächlich nur eins. Das andere ist so dreckig, das möchte ich nie wieder anfassen. Das ist mein Feedback für euch. Die Everest 60 schreibt sich unheimlich angenehm, hat diese beiden Probleme mit der Software und mit den Funktionstasten. Wenn man die viel benutzt, kann das sehr, sehr komisch werden. Ansonsten finde ich die Funktion ziemlich geil. Ja, das hat auch tadellos funktioniert mit dem Andocken. Aber ich bin jetzt erstmal wieder auf eine volle, große Tastatur gewechselt. First World Problems, aber das ist mein... Das ist mein Feedback. Das ist mein Feedback dazu. So. Okay, alles klar. Ansonsten für die Leute, die nur ein Schreiberlebnis wollen. Übelgeil. Kuss. So, ich muss kurz... Ne, ich lasse die kurz liegen. Das wollte ich kurz loswerden. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielleicht muss ich mir auch eine Fingerverlängerung kaufen. Das kann auch sein. Das kann ich mir... Das kann es auch sein. Ja. Software für Mäusen und Tastaturen sind ein Ausschlusskriterium. Ja, ich kann kein Feedback geben. Meine Tastatur wurde nie erkannt. Also, ob das funktioniert oder nicht, kann ich nicht sagen. Also, es funktioniert anscheinend nicht. Ich habe sie nie... Es wurde nie erkannt. Ah! So! Das ist mein... Das ist mein Abenteuer mit der 60er Everest. Das Abenteuer mit der 60er Everest. Das ist wahr. Ansonsten die Logitech G13 wieder ausbauen. Ich habe die... Ich habe aktuell diese Logitech hier. Was ist denn das für eine? G915. Die ist jetzt hier. Bis ich was Neues ausprobieren muss. Bei der Logitech G915 finde ich die Keycaps und die Tast... Das Schreibgefühl aber unheimlich beschissen. Kann ich nicht empfehlen. Ich schreibe jetzt mit der und ich komme ja von der anderen und wenn ich damit schreibe, die ist unangenehm. Sehr unangenehm. Das ist ein bisschen so, als würde man auf dem Wasserbett tippen. Also, so fühlt es sich an. Sehr schwammig. Sehr, sehr schwammig. Ich weiß aber gerade aus dem FF nicht, was das hier für Switches sind. Ich weiß aber aus dem FF nicht, was das für Switches sind. Also will ich gar kein großes... Ich will gar keine... Ich will gar keine große Szene daran machen. Ich benutze die aktuell, weil ich brauche eine 100%-Tastatur. Alternativ ist... Alternativ ist dann, ich benutze die Everest Max vielleicht mal. Wenn ich einen Vergleich machen müsste, ich tippe lieber auf der... Ich habe viel lieber auf der Everest getippt, als auf der Logitech-Tastatur. Ich gucke mal, welche Switches das sind. Steht das drunter? Steht nur, dass das aus China kommt. Und irgendwas auf Arabisch. Das sind, nee, lineare Switches. Das sind lineare Switches. Hier steht linear. Und die fühlen sich nicht gut an. Fühlen sich wirklich nicht gut an.